Herzlich Willkommen bei SaxoPrint! Mit Foldern von SaxoPrint lassen sich Ihre Informationen auf den insgesamt 6, 8 oder 10 Seiten eines Wickelfalzes gekonnt präsentieren. Bei einem Wickelfalz gehen alle Falzbrüche jeweils in die gleiche Richtung und der erste Papierabschnitt wird von den folgenden eingewickelt. Beispielsweise ergeben zwei parallele Falzungen insgesamt 6 Seiten für Ihre Inhalte. Erhältlich mit 6, 8 oder 10 Seiten. Verschiedene Formate und Materialien wählbar. Vielfältige Inhalte gut strukturiert präsentieren. Ideal als Informationsblatt und Programmflyer. Vertrauen auch Sie auf SaxoPrint. Drucken geht heute online.